Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolgsschätzer der Insel von Dorn, oder genauer gesagt um das erfüllte Glutbräu. Dafür befinde ich mich natürlich im Gebiet Insel von Dorn und zweit bei 5661, hier im Teilgebiet Felsquellen, also hier bei diesem kleinen Dorf, in Umgebung hier an diesem Punkt, und zwar genau hier vor diesem Stand. An dieser Stelle steht dann auch dieser Glutbräuaufguss und im Normalfall soll das auch gleich hier sein. Es kann aber sein, dass es vielleicht ein bisschen respawnen muss, also wenn da gerade ein anderes Spiel die aufgenommen hat, aber eben hier können wir einfach draufklicken, diesen aufsammeln, und dann haben wir hier ein bisschen Ruf drin, und auch einen einzigartigen Gegenstand, das ist nicht wirklich sehr relevant, aber eben somit haben wir diesen Abschnitt ebenfalls erledigt. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide, ich hoffe ich konnte euch da behelfen diesen Schatz ebenfalls zu bekommen, ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spass, bis bald! Bis zum nächsten Mal!